Heute geht es um die Frage, warum agile Projekte eigentlich schief gehen. Und dazu müssen wir uns erstmal anschauen, wie eigentlich der Stand bezüglich Agilität im Moment ist. 1986 gab es das Spiralmodell von dem Barry Böhm. Das war bereits ein Modell, was mir gesagt hat, okay, wir müssen halt schrittweise vorgehen und dann kommen wir halt immer näher an so ein Ziel, so wie eine Spirale. Also ein stark iteratives Modell. Dann gab es eben 1993 die Idee von Scrum. 1996 oder 1999 mit dem Buch das Thema Extreme Programming. Und um 2001 gab es halt dann letztendlich das Agile Manifest. Das heißt, die Konzepte, über die wir hier sprechen, sind zum jetzigen Zeitpunkt gute 30, über 30 Jahre alt, mindestens. Das führt so ein bisschen zu so einem Problem. Und zwar ist es halt so, dass wenn Agilität tatsächlich so viel überlegen ist, dann sollte eigentlich drei Jahrzehnte ausreichen dafür, dass eben Agilität tatsächlich die Welt übernimmt. Und wenn wir uns anschauen, was ich zumindest so typischerweise da draußen in der Realität sehe, sind irgendwie zerbrochene agile Prozesse, die eben nicht vollständig agil sind. An vielen Stellen wird dann eigentlich nur gesagt, naja, wir waren eigentlich schon immer agil. Und das sind dann in Wirklichkeit Prozesse, die eben gar nicht so agil sind, sondern dann plötzlich agil genannt werden. Und das bedeutet halt, dass man letztendlich Zucker über das tut, was da ist und in Wirklichkeit eben nichts ändert. Es fehlen insbesondere solche Sachen wie, dass man Leute tatsächlich empowert, dass man ihnen halt Aufgaben delegiert, dass man reflektiert über das, was gut funktioniert, das halt, was weniger gut funktioniert, dann besser wird und dadurch einen iterativen Prozess etabliert, er vor allem eben auch den Prozess selber verbessert. Und es gibt immer noch einen sehr großen Markt für agile Coaches, was eben insgesamt bedeutet, wir sind noch lange nicht da. Also es ist immer noch so, dass ich jetzt als agiler Coach mich hinstellen kann und sagen kann, okay, ich zeige Leuten, wie ich agiler werde. Und das ist durchaus ein Geschäft, was sehr hilfreich und viel bringt. Mein persönlicher Start mit Agilität, naja, ich habe in einem der ersten XP-Workshops mitgemacht, die Kent Beck in Deutschland gehalten hat, 1998 oder so war das. Ich hatte dann das Vergnügen, an einem Workshop teilzunehmen zum Thema XP mit den ersten Leuten, die das in der Praxis gemacht haben, so ungefähr 2000. Und ich fand das deutlich besser als plangetriebene Projekte. Und ich war damals sehr sicher, dass das halt die Zukunft ist. Und tatsächlich ist es so, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, dass ich bei Professor Christiane Floyd studiert habe. Und die hat auch schon lange gesagt, dass man eben eigentlich iterativ vorgehen soll, vielleicht nicht agil. Und mit ihr habe ich eben auch eine Episode gemacht bei Sofaktik durch den Stream, wo sich halt zeigt, dass das ein Konzept ist, was es eigentlich schon länger gibt, genau mindestens in den Iterationen vorzugehen. Und das bedeutet, das hat eben schon eine lange Historie hinter sich. Und mein größtes Problem ist vielleicht, dass ich halt agile Projekte gesehen habe, die halt am Ende nicht agil werden. Und das ist etwas, wo ich mir nicht sicher bin, ob überhaupt irgendjemand darüber spricht. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, sehr schwer zu erklären ist. Denn wenn agil tatsächlich so viel besser ist, wie erkläre ich denn dann, dass Projekte sich sozusagen zurückentwickeln von agil hin zu weniger agil? Führt dann halt irgendwie zu der Frage, was ist denn eigentlich Agilität? Dazu sage ich was in sozusagen ein paar Folien. Aber wichtig ist, glaube ich, erstmal die Entwicklung in Iterationen. Das heißt also, ich sage, ich werde mich schrittweise einem Ziel annähern und arbeite dann eben agil. Das ist ein Teil des Vorgehens, was meiner Ansicht nach sowieso immer sinnvoll ist, bei Softwareentwicklung in Iterationen vorzugehen. Das ist also nicht nur speziell etwas von Agilität. Das ist genau genommen so. Verlinke ich auch noch, dass das etwas ist, wo ich Talk drüber gehalten habe, nicht so Wahrheiten über Softwareentwicklung, über die ich nicht mehr sprechen möchte. Dass eben tatsächlich sowas wie ein Wasserfallmodell, was halt rein plangetrieben vorgeht und nicht in Iteration, dass das eben wenig sinnvoll ist. Bei Agilität kommt dennoch hinzu, dass ich Änderungen an Requirements tatsächlich gut finde und die unterstütze. Das bedeutet, jede Art von Feedback ist irgendwie willkommen. Ich verbessere auch den Prozess. Ich habe sowas wie Autonomie und ich habe eben auch Empowerment. Das heißt, ich sorge dafür, dass halt Mitarbeiter eben möglichst viel selber alleine umsetzen können. Das wiederum bedeutet, dass jetzt eine meiner Hauptaussagen ist, dass agile Projekte eben unagil werden. Und dafür möchte ich ein paar Beispiele geben. Und das sind so Beispiele, die mir tatsächlich in meiner Laufbahn begegnen sind. Das erste Beispiel ist eine sehr gute agile Entwicklungseinheit. Also genau das, was halt viele Leute versuchen zu erreichen. Und diese Entwicklungseinheit hat dann versucht zu sagen, okay, wir wollen halt das Produktdesign noch stärker beeinflussen, um eben noch besser zu werden. Ein agiles Grundkonzept. Wir wollen nicht nur, dass sich Änderungen ergeben, sondern wir wollen eben auch aktiv schauen, dass wir Produkte besser designen können, dort Einfluss nehmen. Und eben diese Feedback-Züge dann von, was funktioniert eigentlich in den Produkten, wie können wir dort besser werden, das eben weiter verkürzen. Der Restorganisation wollte ein traditionelles Produktdesign ohne solche Iterationen. Also eines, wo man halt sagt, okay, das ist halt das, was wir bauen wollen. Das dauert jetzt irgendwie ein Quartal. Das ist ein großes Release mit vielen, vielen Dingen, die da drin sind. Und das liefert ihr jetzt als Software-Entwicklungseinheit. Und ihr sollt nicht unbedingt an diesen Produktideen arbeiten. Das ist halt die Aufgabe von Produktmanagern, die irgendwo anders sind. Der Business Case war nicht so klar in diesem konkreten Fall, also wie man eigentlich tatsächlich Geld verdienen will. Und am Ende ist eben diese Entwicklungseinheit, die eigentlich sehr gut agil entwickelt hat, in Iterationen wirklich vorbildlich, auch mit sehr vielen sehr schlauen Leuten und einer guten Firmenkultur, letztendlich so eine Art Codefabrik geworden, die also wirklich nur noch Requirements bekommen hat, Requirements umgesetzt hat und auch, glaube ich, nicht mehr wirklich in Iterationen gearbeitet hat. Also beispielsweise sind eben dort alle Scrum Master gegangen, auch viele andere Leute sind gegangen. Und dadurch ist eben diese Entwicklungseinheit letztendlich unagil geworden. Und das Besondere dabei ist, dass die Organisation wahrscheinlich mit dieser Codefabrik glücklich war. Also es gab eher eine Tendenz dazu, die Einflussnahme auf die Produktentwicklung nicht gut zu finden. Und das bedeutet eben, dass so eine Codefabrik, wo einfach Leute das runterhacken, was ihnen gesagt wird, das war, glaube ich, das, was diese Organisation in Wirklichkeit wollte. Und das halt mit sowas wie Embrace Change und eben kurzem Feedback-Zyklen, Produkte ausprobieren, Produkt-Market-Feld finden, nicht mehr viel zu tun. Anderes Beispiel auch wiederum eine großartige agile Entwicklungseinheit, die aber nicht so viele Visionen und Ziele hatte. Sprich, es war nicht so klar, was eigentlich exakt jetzt die Marktstrategie ist und was man denn nun genau machen möchte und was man genau entwickeln möchte und wie man damit einen Markt besetzen will. Und es gab dann so ein paar Leute im Management, die eingestellt worden sind, die tatsächlich eben toxisch sind, die also tatsächlich dafür gesorgt haben, dass es in der Umgebung eher schwieriger aussah. Und dass dasselbe passiert wie halt in dem Beispiel davor. Menschen haben eben gekündigt. Dadurch, dass die Ziele nicht so klar waren, ist es eben auch so, dass man die Ziele nicht nicht erreichen konnte. Also wenn ich halt sage, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was meine Strategie ist, ich weiß gar nicht so genau, wann ich erfolgreich bin, dann kann ich viel einfacher sagen, also eigentlich war ich ja erfolgreich, weil also in Retrospektiv sind das eigentlich meine Ziele und die habe ich ja jetzt schon gerade erfüllt. Und das ist etwas, also diese neue Organisation mit den Toxikologien, zwischen Führern, mit anderen Leuten, die halt nicht fragen, was ist eigentlich unser Ziel, was wollen wir hier machen, ist vielleicht etwas, wo man mit der Organisation zufriedener war. Nächstes Beispiel, technisch ganz hervorragende Leute, eine ganz hervorragende Umgebung, aber das Management hat eben einfach bestimmte Werte nicht durchgesetzt. Also dass man eben tatsächlich dort ja seine Meinung sagen konnte, den Kurs des gesamten Unternehmens beeinflussen konnte. und das hat wieder dazu geführt, dass halt Menschen gekündigt haben und es sind dann neue Juniore-Leute eingestellt worden, die aber tatsächlich die Alten nicht kannten und umgekehrt. Und ich bin da nicht sicher, ob die Organisation das Gefühl hatte, dass sie halt schlechter geworden ist, was also auch etwas ist, was eigentlich bei all diesen Beispielen halt existiert. Es ist also nicht so, dass das, was für mich eine Verschlechterung ist und vielleicht auch für agile Leute eine Verschlechterung ist, für die Organisation selber auch subjektiv eine Verschlechterung ist. Also sind die vielleicht sogar glücklich damit. Und das führt eben dazu, dass wir da tatsächlich schlechte Seiten haben. Also die Situation ist halt schlechter geworden im Sinne von, es ist weniger agil und es macht vielleicht weniger Spaß. Es gibt eine schlechtere Kultur. Das bedeutet also, dass die Personen, die da drin sitzen und das eben gerne agil hätten, vielleicht einen hohen persönlichen Preis dafür zahlen und das eben auf sie selber sehr stark wirkt. Und das geht halt relativ schnell. Also es sind so Monate, wo das kippt. Deswegen heißt der Talk auch, warum agile Projekte kippen. Es ist irgendwie wirklich so, dass ich halt das Gefühl habe, wir haben so einen Kipppunkt, wie wir es ja im Klima auch haben, wo man eben dann sozusagen rüberschwingt auf einen neuen Stand, wo es dann weniger agil wird und der eben tatsächlich dann auch nicht so einfach reversibel ist, weil zum Beispiel eben gute Leute kündigen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was ich da im Allgemeinen sehe. Also einmal, dass es halt so kippt, die Situation plötzlich deutlich subjektiv schlechter wird und Menschen halt kündigen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, cool, das ist halt so. Organisationen sind halt nicht immer damit gesegnet, dass es ihnen irgendwie besser geht. Aber es gibt eben Überraschungen. Und eine dieser Überraschungen ist eben, dass das nicht immer eine Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit dieser Organisationen hat. Und die Organisationen sind vielleicht auch gar nicht so unglücklich darüber, dass es eben kippt und subjektiv schlechter wird und das Management vielleicht eben auch nicht. Also manchmal ist es eben sogar so, dass es eigentlich eine Reorganisation gibt, die, wenn man ganz ehrlich ist, eben dazu führt, dass man diese agilen Konzepte abschafft. Und das ist komisch, weil eigentlich sollte Agilität ja irgendwie besser sein und tatsächlich auch einen Wettbewerbsvorteil erzeugen. Aber warum würde man es dann zerstören? Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, die zentrale Widersprüchlichkeit, der hier nachgehen möchte. Also wir haben solche Projektkollapse, die sind halt so wie genau solche Klimakipppunkte, nicht, wenn also das Eis am Nordpol irgendwann nicht mehr da ist, dann wird das eben auch nicht wiederkommen. Wenn die Permafrostboden aufgetaut sind, dann wird das eben auch nicht wiederkommen. Oder eben so wie eine Falltür, wo ich halt reinfalle, aber eben Schwierigkeiten habe, wieder rauszukommen. Und dann ändert sich eben insbesondere das Team. Gute Leute, wichtige Leute kündigen halt. Es gibt eben keinen Weg zurück. Ja, ist das überraschend? Naja, Organisationen kollabieren eben und brechen halt manchmal zusammen. Manchmal brechen auch ganze Länder zusammen und haben dann plötzlich Chaos und Anarchie. Und jetzt ist eben aber hier die Frage, ob das halt das, was ich, wir subjektiv erleben, als ein Zusammenbrechen, ist für andere Leute vielleicht eher eine Optimierung. Denn am Ende des Tages ist die Organisation häufig mit dieser Änderung glücklich. und sie nennen es oder empfinden es eher als eine Reorganisation. So, und wenn das jetzt alles so ist, dann bedeutet das, dass das halt sozusagen wahre Agilität niemals die Welt übernehmen wird, weil eben dieser scheinbare Wettbewerbsvorteil gar nicht so stark ist, sondern es ist eben so, dass im Gegenteil es Organisationen gibt, die ohne Agilität glauben, besser durchs Leben zu kommen. So, und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Warum ist es so, dass Agilität die Welt nicht übernehmen wird? Und da gibt es halt so eine grundsätzliche Frage nicht, also warum machen wir überhaupt Softwareentwicklung? Und da gibt es so verschiedene Antworten drauf. Also ich persönlich mache das halt, weil ich technische und auch soziale Herausforderungen interessant finde. Ich kümmere mich halt gerne darum, wie man technische Sachen auf die Reihe bekommt. Ich kümmere mich auch gerne darum, wie man Gruppen dazu bringt, dass sie halt besser zusammenarbeiten. Und das ist genau das, was ich halt in der Arbeit mache. Für meine Kunden ist das erste Ziel eigentlich Business wert. Das heißt also, letztendlich ist es so, dass ich ein Entwicklungsteam habe. Diesem Entwicklungsteam gebe ich irgendwie Geld und ich hoffe, durch das Geld, was ich dort investiere, an anderen Stelle mehr Geld zu generieren, wie auch immer das halt irgendwie aussieht. Und das ist wahrscheinlich auch die einzige wirkliche Begründung, die man für Softwareentwicklung haben kann. Denn das sind Wirtschaftsunternehmen und wenn wir jetzt annehmen, dass die eben rational sind, dann werden sie halt Softwareentwicklung betreiben, um mehr Geld zu generieren. Denn das ist das, was Wirtschaftsunternehmen typischerweise tun. Sie werden eben mehr Geld versuchen anzuhäufen. Softwareentwicklung ist dafür ein Werkzeug. So, jetzt ist halt die Frage, was ist denn eigentlich Agilität? Da haben wir halt zum Glück dieses agile Manifest. Und ich will hier noch etwas loswerden, was glaube ich noch an einigen anderen Stellen vielleicht interessant, relevant oder wichtig wird. Ich bin ein agiler Fan. Also wir haben das halt am Anfang gesehen. Ich bin sozusagen mit diesem Thema tatsächlich im Studium schon in Berührung gekommen. Damals noch die Vorläufe von Agilität. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist halt ein guter Weg, um Software zu entwickeln. Ich arbeite gerne in solchen Umgebungen. Ich mag auch das agile Manifest. Das ist halt irgendwie auch wichtig. Aber das, worum es hier jetzt geht, ist irgendwie die Frage, warum zum Teufel ist es eben so, dass agile Projekte weniger erfolgreich sind, als sie sein könnten? Warum ist es so, dass Agilität zurück abgewickelt wird? Warum brechen solche agilen Projekte zusammen und kippen? Und da finde ich es halt interessant, mal mit dem Manifest anzufangen, weil dort steht eben etwas drin darüber, was Agilität sein soll. Und vielleicht sagt uns das ja schon, was dann in Wirklichkeit das Problem ist. Sondern das agile Manifest, wie wir wissen, hat eben diesen Aufbau, der hat sagt, naja, wir sind eben dabei, bessere Wege zu finden, wie wir Software entwickeln können. Und darüber sind wir jetzt dazu gekommen, dass bestimmte Dinge wichtiger sind. Also zum Beispiel Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge, funktionierende Software über ausführlicher Dokumentation, Kundenzusammenarbeit, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Und wir wollen lieber auf Änderungen reagieren, als einem Plan folgen. Sondern das bedeutet, ich habe halt zwei Dinge, Dinge, die ich halt in Relation jeweils zueinander abwäge, also Individuen und Interaktionen über Prozesse und Tools. Und sage halt, das eine ist irgendwie wichtiger als das andere. Und irgendwie ist es halt so, dass das nun dazu führen soll, dass Softwareentwicklung besser wird. Also wir wollen ja bessere Wege finden, wie wir halt Software entwickeln. Und besser hat halt das Problem, dass es ein Begriff ist, der ja abhängig davon ist, was man als besser empfindet. Und letztendlich transportiert das agile Manifest bestimmte Werte. Wir müssen aber am Ende eigentlich Business-Wert generieren. Und diese Werte können dabei eben helfen oder eben auch nicht. Und mindestens hier in diesem Teil des Manifests ist es eben so, dass der Business-Wert gar nicht so richtig erwähnt wird. Also es wird halt gesagt, wir arbeiten in einer bestimmten Art und Weise. Und diese Art und Weise ist irgendwie besser. Also Individuen und Interaktionen sind irgendwie wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Wie ich schon sagte, ich glaube schon, dass das halt ein wichtiger Punkt ist und dass das halt auch ein wichtiger Wert ist. Aber es ist nicht so ohne weiteres klar, wie das denn nun dazu führt, dass wir tatsächlich bessere Software bauen, im Sinne von Software, die mehr Business-Wert generiert. Und das ist das, woran aber Firmen, unsere Auftraggeber, gemessen werden. So und da gibt es dann eben diese Prinzipien hinter dem Agile Manifest und da steht tatsächlich sowas drin, wie unsere höchste Priorität ist es, den Kunden zufriedenzustellen durch die frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software. Da kommt auch dieser Begriff Continuous Delivery her, der sich ja sozusagen verselbstständigt hat zu diesem Continuous Delivery Movement. Und das bedeutet, dass wir da tatsächlich so ein paar Sachen haben, die wirklich sowas wie Business-Wert repräsentieren. Also wir wollen halt den Kunden zufriedenzustellen. Wir wollen wertvolle Software liefern. Das ist vielleicht tatsächlich eben auch wertvolle Software im Sinne eines Business-Values, wenn es auch da eben so nicht drin steht. Aber man kann jetzt da noch weiter darüber diskutieren, weil zum Beispiel ist eben nicht so klar, wer eigentlich der Kunde ist und was es bedeutet, ihn zu befriedigen. Also es steht nirgendwo drin, dieses sehr klare kapitalistische Konzept, dass wir halt am Ende einen Mehrwert schaffen müssen und eben Business-Wert generieren müssen. Und es gibt sogar Dinge, wo ich eben sagen würde, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das halt wirklich, wirklich stimmt. Also zum Beispiel funktionierende Software soll eben der primäre Gradmesser sein für Fortschritt in meinem Projekt. Und das ist erklärlich durch die Abgrenzung davon, dass man halt vorher Projekte hatte, die halt gesagt haben, okay, wir haben einen großen Stapel Papier produziert, jetzt wird irgendwie die Software in Nähe sein und dann stellt man halt fest, dieser große Stapel Papier hilft halt gar nicht dabei, die Software zu entwickeln. Und dann hat man halt ein Problem. Aber diese funktionierende Software ist nicht wirklich der primäre Gradmesser für Fortschritt, sondern Business-Wert ist der primäre Gradmesser für Fortschritt. Wenn ich Business-Wert generiere, dann generiere ich tatsächlich einen Vorteil und das passiert hoffentlich durch Software, aber das ist was anderes. Und insbesondere dann, wenn ich eben die falschen Features implementiere, habe ich halt Software, die halt funktioniert, die aber keinen Business-Wert generiert und dann habe ich eben nichts gewonnen. Das heißt, das ist wirklich tatsächlich nicht ein Gradmesser für Fortschritt. Es kann sogar das Gegenteil eintreten. Es kann eben sein, dass Features eher dazu führen, dass man sagt, die Software will ich halt nicht mehr benutzen. Also im Moment gibt es gerade eine Diskussion über Microsoft Windows, weil die halt eine AI-Erweiterung für Windows bauen wollen, wo ich beobachtet werde, was ich mit dem System tue, um das halt als Input zu benutzen für eine AI. Und das ist eher ein Feature, was ich mir vielleicht nicht wünschen würde, dass ich da halt beobachtet werde. Und das ist dann vielleicht irgendwie etwas, was sogar negativen Business-Value generiert. Also für mich ist das etwas, was den Wert von Windows, ich bin tatsächlich Windows-Benutzer, eher verringert als erhöht. Und das ist dann eigentlich in gewisser Weise schädlich. Andere Prinzipien zum Beispiel nachhaltige Entwicklung, also die Sponsoren, die EntwicklerInnen und die BenutzerInnen sollten dazu in der Lage sein, eine konstante Geschwindigkeit in dem Projekt für immer aufrecht zu halten. Und das finde ich auch schwierig, denn das bedeutet nur dann ein Business-Wert, wenn das Projekt lange genug läuft. Nachhaltigkeit bedeutet halt, dass das Projekt so lange laufen muss, dass mir die Nachhaltigkeit etwas bringt. Ich kann halt kurzzeitig versuchen, schneller zu sein und habe dann später einen Impact, wodurch ich halt langsamer werde. Also ich arbeite dann jetzt eben nicht 40 Stunden, sondern mehr. Und dann habe ich am Ende ein Problem, weil die Leute halt eben dringend urlaubsbedürftig sind oder eben auch schlimmere Konsequenzen. Aber das kann sein, dass das halt genau dann hilfreich ist, wenn ich halt eine harte Deadline habe. und dann ist irgendwie die Nachhaltigkeit nicht so spannend. Also ich habe hier so ein paar ausgedachte Dialoge. Also ich sage jetzt irgendwie irgendwelchen Leuten, okay, ihr seid halt irgendwie zwei Monate zu spät und ich habe jetzt deswegen irgendeine Business Opportunity nicht geschafft. Ich wollte halt mit diesem Projekt eigentlich zur Fußball-EM live gehen und das ist irgendwie das Projekt, womit ich dann irgendwas dort in der Fußball-EM hätte verkaufen können. und jetzt kommt irgendwie zurück, ja, aber wir können jetzt diese Geschwindigkeit, die wir aktuell haben, für immer beibehalten. Und das ist halt eine super Aussage, aber das bringt mir halt nichts, weil mein Projekt ist halt jetzt beendet. Fußball-EM läuft halt, ich hätte halt die Software shippen müssen, ist nicht da, also habe ich halt jetzt eben ein Problem. Das geht weiter. Also ein weiteres Prinzip ist eben die kontinuierliche Aufmerksamkeit oder Fokus auf technische Exzellenz und gutes Design, um agiler zu werden. Und das ist sicherlich ein guter Hinweis, denn wenn ich schlechte Code-Qualität habe, ist das etwas, was mich tatsächlich in einem Projekt dazu bringen kann, dass ich halt zu so einem totalen Stillstand komme, weil die Systeme eben nicht mehr wahrbauen, nicht mehr änderbar sind. Genügend von den Consulting-Einsätzen, die ich habe, basieren da drauf, dass die Software, die dort implementiert wird, eben nicht mehr weiter wartbar ist. Und dann brauchen Sie halt jemanden, der sich hinstellt und sagt, okay, wie kommen wir da raus und wie investieren wir jetzt in die Software, damit sie wieder wartbar wird. Und das ist tatsächlich dann eben ein Problem. Aber diese technische Exzellenz ist halt auf der anderen Seite auch teuer und ich kann auch nicht überall diese technische Exzellenz erreichen. Das ist etwas, was ich gelernt habe von dem guten Eric Evans, der hat Domain-Town Design erfunden hat und der ihm gesagt hat, ich war da selber in einem Seminar mit ihm, eines der ersten Statements war, ich kann in einem Softwareprojekt nicht überall die allerhöchste Qualität erreichen, ich werde gute und schlechte Teile haben. Ich würde sagen, das stimmt wahrscheinlich, denn ich werde nicht überall dieselbe Qualität haben können. Wenn das aber so ist, dann bedeutet das, dass ich nur die Wahl habe zu sagen, ich steuere aktiv, wo ich die Qualität habe oder ich lasse es halt passieren und das ist nur die Wahl. Ich kann nur Prioritäten setzen und ich kann nur sagen, bestimmte Teile sind eben von hoher Qualität. Und so eine Aussage, die halt sagt, ich möchte halt immer die höchste Qualität und ich möchte kontinuierlich darauf achten, ist schwierig, weil sie eben in Abrede stellt, dass ich nicht überall diese hohe Qualität erreichen kann. Und hier ist wieder so ein Dialog, also ihr seid zwei Monate zu spät, die Business Opportunity ist eben weg und jetzt kommt halt zurück, ja, aber wir haben halt technische Exzellenz. Ja, aber das nützt mir halt nichts, weil Fußball-EM ist irgendwie vorbei. Ob ich es jetzt entwickelt hätte oder eben nicht, ist völlig egal. Ich habe halt mit dieser technischen Exzellenz nichts geschafft. Ich will gar nicht die anderen acht Prinzipien diskutieren. Da gibt es halt immer noch nicht so einen starken Fokus auf Business-Wert. Und das ist tatsächlich ein Problem, denn diese ökonomische Evolution, wenn wir annehmen, dass die Märkte tatsächlich effizient sind, dann bedeutet das eben, dass sich diejenigen durchsetzen, die hat den höchsten Business-Wert erzeugen können für den niedrigsten Preis. Und wenn irgendwie da nicht so stark klar drinsteht, wo der Business-Wert herkommt, warum glaubt man dann daran, dass Agile dominierend sein wird? An der Stelle ist jetzt irgendwie etwas total wichtig für mich. Ich glaube schon, dass das Agile Manifest Projekte hervorbringt, die mir Spaß machen. Ich glaube auch, dass da viele Dinge drin sind, die stärker menschlich sind und die halt von der Seite hier wichtig sind. Und ich würde halt lieber in einem Projekt arbeiten, wo es halt Spaß macht und wo Menschen auch gewertschätzt werden und wo es eben überhaupt auch über agile Werte hinaus halt weitere Werte gibt, die halt ethisch hochstehend sind. Das ist etwas, was meine persönliche Wahl ist und was jeder irgendwie machen kann, wie er oder sie mag. Dazu bekenne ich mich auch. Ich glaube halt, also ich habe keine Lust dazu, eben einen Job zu machen, der langfristig frustrierend ist. Aber da ist ein anderer Punkt, über den wir diskutieren und das ist irgendwie diese Geschichte mit dem Business-Wert. Also ich kann in einem Markt bestehen, in dem ich MitarbeiterInnen ausbeute. Und dadurch kann ich einen hohen Business-Wert zu einem niedrigen Preis realisieren und werde halt diesen Markt möglicherweise dominieren. Ich hätte keine Lust, in so einer Umgebung zu arbeiten. Ich hätte auch keine Lust, so eine Umgebung zu etablieren und daran mitzumachen. Aber das ist eine gültige Geschäftstrategie und das kann sein, dass sich sowas durchsetzt. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir in so einer Umgebung vielleicht gerne arbeiten wollen und wir haben halt dieses Argument, dass das ja dann effizienter ist und effektiver und halt einen höheren Business-Wert bringt. Aber das ist vielleicht ein Scheinargument. Und wenn ich eben diesen Business-Wert nicht klar belegen kann, dann kann ich auch das Management wahrscheinlich nicht davon überzeugen, agil zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein Teil der Erklärung dafür, dass eben diese agilen Projekte und Umgebung teilweise rückabgewickelt werden. Und da sollten wir halt explizit drüber sein. Das heißt, wir reden über zwei Dinge. Wir reden halt einmal über die Frage, wo will ich gerne arbeiten? Was ist die Umgebung, in der ich gerne arbeiten möchte und die mir Spaß macht? Und die andere Frage ist, was ist die Umgebung, die tatsächlich wirtschaftlich effektiv ist? Und da gibt es eine Beziehung. Menschen, die glücklich sind, arbeiten vielleicht auch effektiver und effizienter. Aber Ausbeutung ist eben auch ein Modell. Wir müssen jetzt eben explizit sein, was wir erreichen wollen. Business-Wert oder irgendwie eine Umgebung, in der wir gerne arbeiten. Und im Idealfall ist das identisch, aber es sind zwei unterschiedliche Ziele. Und natürlich ist dieses Agile Manifest kein Gesetz, aber es könnte halt sein, dass da Elemente drin sind, die halt erläutern, warum wir eben nicht dazu in der Lage sind, Business-Value zu generieren mit agilen Projekten und weswegen wir dann eben in der Folge nicht dazu in der Lage sind, diese agilen Projekte überall zu etablieren. Ich kriege halt manchmal dann solche Aussagen wie, naja, also man muss nicht agil sein, weil nicht überleben ist halt in dieser Welt optional. Das heißt, wenn du halt in einem Unternehmen bist, was eben nicht agil arbeitet, dann wird das wahrscheinlich irgendwie pleite gehen. Ich finde es halt ganz, ganz schwierig, weil das halt impliziert, dass der Impact von Agilität so hoch ist, dass ich ohne agile Arbeitsweisen pleite gehe. Und das glaube ich irgendwie nicht. Und das ist insbesondere halt nicht in Einklang damit zu bringen, dass diese Projekte, von denen ich vorher erzählt habe, eben unagil geworden sind und die Unternehmen existieren eben immer noch weiter. Und ein größerer Teil von denen ist eben auch mindestens genauso wirtschaftlich erfolgreich wie vorher. Also was jetzt? Ich würde jetzt erstmal behaupten, in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit sind agile Werte nicht so, dass sie halt unbedingt zu einem agilen Vorteil bringen. Manchmal bringen so unagile Werte eher einen Vorteil, wie wir vorhin diskutiert haben. Ich habe über Ausbeutung gesprochen. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, mit dem ich durchaus erfolgreich sein kann. Ich kann zum Beispiel auch versuchen, das System selber so zu ändern, dass ich plötzlich auf der Gewinnerseite bin. Das ist der Grund, weswegen wir immer noch fossile Energien haben und fossile Energieunternehmen. Die sind halt dazu in der Lage, eine Umgebung zu schaffen, wo sie eben subventioniert werden, während eben gleichzeitig den regenerativen Energien massive Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Und das funktioniert eben über politischen Einfluss und solche Sachen. Es gibt auch zum Beispiel sowas wie Unternehmen, die halt einfach zu groß sind, als dass sie ja pleite gehen können. Und dann werden eben Verluste, wie zum Beispiel in der Bankkrise 2008, sozialisiert. Das ist also der Steuerzahler sie bezahlt. Und es gibt da noch viele, viele weitere unethische Möglichkeiten. Das heißt, der wesentliche Punkt ist hier halt, ich habe nicht, die Frage, bin ich am Markt wettbewerbsfähig, ist nicht nur abhängig davon, ob ich agil arbeite, sondern ich habe eine Vielzahl der Möglichkeiten am Markt wettbewerbsfähig zu sein, durch Dinge, die unethisch sind und sicher auch durch Dinge, die halt nicht den agilen Werten entsprechen. Das heißt, wenn jemand sagt, Survival ist optional, mach lieber agil. Ja, das ist halt, glaube ich, ziemlich stark zu kurz gedacht. Wir sind eben nicht so, dass wir effiziente Märkte haben. Und es ist eben auch nicht so, dass jetzt Agilität unbedingt zu seinem Business-Vorteil führt. Also lass uns nochmal Agilität und Bebbelwerbsvorteil angucken. Führt also wieder zu der Frage, ist agil eigentlich besser? Wahrscheinlich gibt es da irgendwie so eine Prozessevolution. Also, ich fange halt an und sage, ich entwickle Software. Und jetzt habe ich irgendwelche Menschen, die Software entwickeln. Und irgendwie werden die jetzt dafür sorgen, dass die halt Software entwickeln in einer Art und Weise, die ihnen irgendwie hilft. Und das könnte jetzt dazu führen, dass vielleicht jede Organisation genau den Prozess hat, den halt ihrer Organisation am ehesten ermöglicht, Software zu entwickeln. Sprich, man kommt jetzt irgendwo hin und hat halt das Gefühl, das ist halt ein zerbrochener Prozess, weil der eben unagil ist. Ich würde aber erst mal ins Feld führen, die sind halt zumindest dazu in der Lage, Software zu bauen. Und sie sind halt dazu in der Lage, uns irgendwie als Berater zu finanzieren. Das heißt, irgendwie so unerfolgreich können sie nicht sein. Vielleicht ist der Prozess sozusagen auf sie abgestimmt. Und wenn sie dann eine zerbrochene Organisation haben, dann sind vielleicht auch die Prozesse scheinbar zerbrochen. Aber dann ist das wirklich ein Problem, dass die Organisation... Und wir haben noch ein anderes Problem. Die Frage ist halt, wie können wir jetzt sagen, das ist irgendwie gut oder schlecht? Wir sind halt externe Personen, die halt beraten. Und sicherlich ist es so, dass wir jetzt intuitiv sagen können, okay, mit diesen Maßnahmen würde die halt deutlich erfolgreicher sein und deutlich produktiver sein. Aber das ist eben ein Rat und etwas, was sie selber auch nochmal reflektieren müssen und umsetzen müssen. Und dazu müssen sie zum Beispiel vielleicht über ihren Schatten springen. Und vielleicht ist das eben genau das Problem, weswegen sie halt den Prozess haben, den sie jetzt haben, weil sie eben nicht über ihren Schatten springen können. Und dann ist eben der aktuelle Prozess vielleicht wirklich der beste Prozess. Und wir können da auch, glaube ich, gar nicht als externe Person Menschen dazu zwingen, ihre Verhaltensweisen zu ändern. Wir können als BeraterInnen halt sagen, hier ist halt ein anderer Weg, den glaube ich halt, dass der besser ist. Das kann aber angenommen werden oder eben auch nicht. Und ich habe mit dem Johannes Link darüber gesprochen, in dieser sehr schönen Folge zum Thema, welchen Sinn hat agiles Coaching, weil Johannes eben genau aufgehört hat, ein agiler Coach zu sein, genau unter anderem aufgrund dieser Fragen. Also aufgrund der Fragen, kann ich mich eigentlich hinstellen als Externer und versuchen, eine Organisation dazu zu zwingen, an das Software zu entwickeln. Und ich selber habe einen Blogpost geschrieben bei Heise darüber, ob denn kaputte Agilität hilft. Und der Inhalt dieses Postings sagt halt, wir haben viele, viele Projekte, die behaupten agil zu sein, die sind aber in Wirklichkeit nicht agil, die sind aber erfolgreich. Also ist vielleicht genau dieses zerbrochene Agil genügend Agilität, um einen Vorteil zu generieren und die vollständige, tolle Agilität, die halt in den Büchern steht, ist gar nicht mehr so notwendig. Also zurück zu der Frage, warum dominiert Agil unsere Software-Entwicklungswelt nicht? Eine mögliche Antwort ist, weil wir eben dort ethische Werte haben, die halt höher priorisiert sind als tatsächlich der Business-Wert. Und das ist ethisch natürlich super und das ist vielleicht auch eine Umgebung, in der ich arbeiten will, aber das bedeutet, dass sich diese Prozesse nicht unbedingt zwingend durchsetzen, weil sie eben nicht zwingend wirtschaftlich besser sind. Eine andere mögliche Antwort, das ist das, was ich jetzt in den letzten Folien gesagt habe, ist, vielleicht passt das nicht zu der Organisation, vielleicht funktioniert die Organisation nicht so, dass sich das mit agilen Ansätzen erschlagen kann, was dort passiert, weil eben die Menschen einfach anders ticken und eben bestimmte Dinge, Vertrauen, Feedback-Zügeln, Fehlerkultur, nicht dazu passen, agile Prozesse umzusetzen. Und das ist keine Bewertung, sondern das ist eine Erklärung. Also ich mache da niemanden einen Vorwurf, ich versuche nur zu erklären, warum ich da draußen eben Projekte habe, die halt kippen, von agil zu nicht agil. Und dafür muss es halt Gründe geben. Und das könnten zum Beispiel Gründe sein, warum das halt passiert. Und ich tue das halt deswegen, weil, wenn wir die Gründe kennen, können wir die Gründe vielleicht eher bearbeiten, da halt irgendwas tun und kommen vielleicht dann am Ende zu einem besseren Ansatz und am Ende eben zu besseren agilenden Projekten. Kommen wir nochmal zurück zu dieser Wettbewerbsfähigkeit. Und diese Idee, dass ich Menschen dazu bringe, dass sie selber Entscheidungen treffen können, Empowerment, dass sie selber Verantwortung übertragen bekommen, hat objektiv positive Konsequenzen. Das berühmte Beispiel, was halt in Agilität immer wieder irgendwie rumschwirrt, ist ja das Toyota Production System, das System, mit dem eben Toyota Autos baut. Und da ist es so, dass jeder an dem Fließband die Produktion anhalten kann, damit ein Problem gelöst wird. Da gibt es diese berühmten Leinen, an denen man halt zieht und dann steht halt die Produktion und dann sagt man halt, okay, ich baue hier irgendwie Türen ein und die Türen sind alle defekt. Wir müssen dann mal dieses Problem lösen. Und das ist tatsächlich ja Empowerment. Das bedeutet halt also, dass ein einfacher Arbeiter an der Produktionsstraße die gesamte Produktion anhalten kann, was eine sehr teure Angelegenheit ist, um dafür zu sorgen, dass halt irgendwie Probleme gelöst werden. Und was halt zu der Frage führt, können eigentlich Softwareentwickler in sowas typischerweise. Und dieses ganze Toyota Production System ist eben so ein bisschen die Basis von eben Agilität. Und das ist nur ein Hinweis, dass eben die Idee, dass man Leute enabled und halt Entscheidungen delegiert, tatsächlich zu einem Vorteil führt. So, und warum erzähle ich das hier? Weil wenn wir das eben sauber nachweisen können, wenn wir also sagen, das führt halt eigentlich immer zu besseren Ergebnissen, dann wird das eher umgesetzt. Und man findet an ganz überraschenden Stellen ähnliche Ansätze. Also was mich zum Beispiel überrascht hat, ist Auftragstaktik. Das ist ein militärisches Führungskonzept, wo ich eben einem Team ein Ziel setze. Also ich sage dem Team halt, ihr müsst halt die Brücke halten für die nächsten vier Stunden. Man muss halt irgendwie erklären, warum. Weil wir halt dort erwarten, dass sich halt andere Leute zurückziehen. Und dafür muss eben die Brücke so lange gehalten werden. Und dann überlasse ich es dem Team zu entscheiden, wie sie das machen. Das heißt, ich habe jetzt nicht Micromanagement betrieben. Ich habe nicht auf Befehlung und Gehorsam gesetzt, auf der Ebene, dass ich sage, nicht, ihr macht jetzt exakt das. Ihr nehmt also die Waffen in dieser Konfiguration und macht halt damit Folgendes. Sondern ich sage halt, verteidigt halt diese Brücke für vier Stunden. Und ich habe auch noch einen Grund gegeben, weil sich eben andere über diese Brücke zurückziehen wollen. Und das bedeutet, dass zum Beispiel an der Stelle, wo die sich jetzt tatsächlich alle zurückgezogen haben, das ist eben schneller als vier Stunden, dann kann ich halt die Brücke aufgeben und kann halt überlegen, was ich dann mache. Und tatsächlich ist es eben so, dass das eine überlegende militärische Taktik ist. Also wenn man sich den Wikipedia-Artikel anguckt, dann ist es eben so, dass das zu einer Überlegenheit im Feld tatsächlich führt. und ich fand das halt überraschend, weil, also ich habe Zivildienst gemacht, ich habe halt die Bundeswehr, die hat nach diesem Konzept arbeitet, nie von innen gesehen. Und ich fand das halt überraschend, weil es halt nicht passt zu dem, was man so als Vorurteil typischerweise hat, nicht so Befehlung, Gehorsam und Gehirnausschalten, sondern das ist eben tatsächlich etwas, was mich sehr stark an Agilität erinnert. Und ich habe deswegen auch eine Episode gemacht mit dem Sönke Maharenz, der ein ehemaliger Oberst ist bei der Bundeswehr und er hat mit ihm genau darüber gesprochen. Also was bedeutet Auftragstaktik? Warum macht man das? Welche Einweise gibt es dafür, dass das eben tatsächlich überlegen ist? Und das könnt ihr euch irgendwie angucken. So, und was anderes, was es da noch gibt, ist Crew Resource Management. Das kommt halt aus der Luftfahrt. Und Luftfahrt hat irgendwie so ziemlich klare Ziele, nicht? Also Luftfahrt sagt halt, fliege halt zu dieser Stadt und sorge halt dafür, dass halt irgendwie alle ankommen. und die haben halt auch eine Menge an formalen Prozessen. Das bedeutet halt, sowas wie Checklisten haben die beispielsweise, Also damit ich halt sicher sein kann, dass das Flugzeug tatsächlich fliegt und so fliegt, wie ich das gerne möchte, gibt es eine Checkliste, die ich durchgehe. Das macht für Software-Entwicklungsprojekte wenig Sinn. Da weiß ich nicht, wo ich hin will. Das Ziel ist möglicherweise unklar. Wenn ich sage, ich will halt erfolgreich am Markt sein, bedeutet das, ich muss Kunden zufrieden bekommen. Welche Features das sind, keine Ahnung. Und so ein Product-Market-Fit zu bekommen, ist eben vielleicht wirklich nicht so einfach. Und formale Prozesse da irgendwie zu etablieren, macht wenig Sinn. Ich muss halt eigentlich deutlich kreativer damit umgehen. Ein Hinweis noch, es gibt halt immer mehrere Gründe, warum eben ein Flugzeug abstürzt oder dort andere Probleme existieren. aber häufig genug ist es eben so, dass Crews an Dingen scheitern, die scheinbar trivial sind. Wichtig ist für mich dabei scheinbar trivial. Das sind hochqualifizierte Leute, die haben gute Gründe dafür, dass sie die Fehler machen, die sie halt machen. Das sind dann offensichtlich eben keine trivialen Sachen, sondern das sind eben Sachen, an denen die halt gescheitert sind. Und dazu gehören solche Sachen, wie zum Beispiel, dass sie abheben, ohne dass es halt eine Freigabe gibt, obwohl jemand im Cockpit zumindest unsicher war, ob es überhaupt eine Freigabe gab. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum es das größte Flugzeugunglück jemals gab in den 70ern auf Teneriffa. Da ist eben ein Jumbo abgehoben, obwohl ein anderer Jumbo noch auf der Startbahn. Also die nicht erfolgte Freigabe und trotzdem starten ist nur einer von ganz vielen Gründen, warum das halt schiefgegangen ist. Aber das ist so wichtig, dass eben Crew Resource Management sagt, das ist ein Problem, dem wir uns annehmen wollen und wir wollen eben dafür sorgen, dass diese Fehlerquelle, die hat letztendlich auf fehlende Kommunikation basiert. Also hier ist es jetzt eben so, dass der Kapitän losgeflogen ist, obwohl jemand anders gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, ob irgendwie die Startbahn frei ist. Ich habe sehr viel Aircrush Investigations geguckt, das ist so eine Serie, die man auf Disney Plus sehen kann. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo eben ein Kapitän, den ersten Offizier, der ja so eigentlich dazu da ist, sozusagen als zweites Paar Augen, Ohren und auch als sozusagen zweites Gehirn nochmal darüber nachzudenken, was eigentlich dort gerade passiert, wo eben der Kapitän, diesen ersten Offizier, so behandelt hat, dass er klar gesagt hat, du hast ja eigentlich gar keine Ahnung und der erste Offizier dann irgendwann aufgegeben hat, noch zu sagen, okay, ich glaube, das läuft gerade hier schief. Und das bedeutet, wenn da Kommunikation zusammenbricht, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass Flugzeuge abstürzen, trotz dieser hohen Formalisierung, trotz dieser klaren Ziele, ist also Kommunikation und eben auch so eine Delegation von Verantwortung, etwas, was eben dazu führt, dass ich in dem Bereich zivile Luftfahrt Herausforderungen habe. So ein Crew Resource Management versucht eben, alle Ressourcen zu nutzen. Ein erster Offizier, der halt nicht sagt, wir haben da übrigens ein Problem, ist eben nicht wirklich nützlich. Agilität sagt, naja, Menschen sind halt keine Ressourcen, was meiner Ansicht nach ethisch richtig ist. CRM sagt, das sind halt Ressourcen und fokussiert irgendwie auf einem Ergebnis. Das bedeutet, auch wenn ich halt diese eher ermenschlichte Sicht vielleicht habe, ist es trotzdem so, dass ich halt gut daran tue, in solche Werte wie Kommunikation oder eben auch zum Beispiel Delegation zu investieren, damit ich ja bessere Ergebnisse bekomme. Und ob Crew Resource Management jetzt den Job mehr oder weniger spaßig macht, weiß ich gar nicht so genau. Es ist auf jeden Fall so, dass es eben zu einer höheren Effizienz führt. Und ich habe auch da eine Episode gemacht mit Steffen und Olli zu genau diesem Thema. Das sind auch, der eine ist halt Pilot, der andere ist Fluglehrer, das sind also Leute vom Fach und die kann man sich da irgendwie nochmal anschauen. Jetzt ist halt die Frage, ist das eigentlich relevant? Also der Punkt, den ich hier versuche zu machen, ist, dass eben zum Beispiel die zivile Luftfahrt, aber auch das Militär bestimmte Dinge gelernt hat, aus einer reinen Effektivitäts- und Effizienzbetrachtung heraus gesagt hat, wir etablieren solche Konzepte wie Crew Resource Management oder eben Auftragstaktik und wir können dort klare Vorteile artikulieren. Also wir können halt sehen, wenn ich halt diese Konzepte durchführe, dann ist es so, dass ich weniger Flugunfälle habe oder ich habe eben eine höhere Kampfkraft meiner Einheiten. Sind die spaßiger oder menschlicher? Ich glaube nicht, dass das beim Militär eine starke Motivation ist, den Job sozusagen spaßiger zu machen. Ich glaube auch nicht, dass das bei der zivilen Luftfahrt eine große Rolle spielt, aber wir kommen ja aus einer anderen Perspektive eben zu Dingen, die halt tatsächlich auch bei Agilität wichtig sind, eben zum Beispiel Delegation oder eben die Ermächtigung von irgendwelchen MitarbeiterInnen und irgendwelchen Leuten. Und vielleicht müssen wir darauf eben tatsächlich fokussieren. Vielleicht ist das etwas, was wichtig ist und wo wir auch tatsächlich einen überzeugenden Case aufmachen können, weswegen diese Ansätze eben die wirklich besseren sind im Sinne von schlichten Business Value. Und darüber habe ich eben auch eine Episode gemacht, die sich also genau damit beschäftigt, ob wir da eben einen Effizienzgewinn haben. Manchmal ist es halt so, dass in diesem Agieren-Kontext dann gesagt wird, naja, also eigentlich müssen wir jetzt die gesamte Organisation lösen und die Probleme, die die Organisation hat. Und ein Beispiel, was mir da einfällt, ist eben das Thema Beyond Budgeting. Da ist eigentlich die Aussage, so ein festes Budget ist irgendwie ein Problem. Also in Wirklichkeit ist ein festes Budget ja kein Problem, auch nicht mit Agilität, aber was tatsächlich mit Agilität schwer machbar ist, ist, dass ich sage, zu diesem Zeitpunkt mit diesem Budget exakt diesen Scope und das macht einem ja auch keinen Sinn, weil ich kann nicht vorher den Scope festlegen. Wir wissen alle, dass sich der Scope während der Projekte prinzipiell ändert. das heißt also, wenn ich so ein Versprechen abgebe, dass ich zu einem bestimmten Termin einen bestimmten Scope einhalte, zu einem bestimmten Budget, ist das eigentlich etwas, was in Wirklichkeit wertlos ist, denn ich werde in Wirklichkeit etwas anderes liefern müssen, um erfolgreich zu sein und das bedeutet, ich kann jetzt irgendwie sagen, okay, ich verbrenne halt über diese Zeit so und so viel Geld, aber dann komme ich halt mit einem anderen Scope hinten raus. Das ist aber eigentlich ein Problem, das so ein bisschen eben auf der Ebene des Unternehmens existiert und für mich auch ein nachvollziehbares Problem. Wenn ich jetzt losgehe und sage, ich kaufe ein Fahrrad, dann kaufe ich halt ein Fahrrad für eine bestimmte Menge an Geld und dafür bekomme ich eben ein bestimmtes Fahrrad und wenn ich irgendwie eine Dienstleistung habe, also ich lasse mir die Haare schneiden oder so, dann habe ich halt eine bestimmte Dienstleistung, Haare schneiden kostet eine bestimmte Menge Geld. Warum sollte es für Softwareentwicklungsprojekte eigentlich nicht so sein? Warum sollte ich nicht sagen können, ich bekomme eine bestimmte Menge an Dingen geliefert für eine bestimmte Menge an Geld innerhalb einer bestimmten Zeit? Warum sollte Softwareentwicklung deutlich anders sein? Wie gesagt, ich hatte schon zitiert, dass ich da einen Vortrag gehalten habe über dieses Thema mit dem Wasserfall. Das ist also etwas, was uns eigentlich klar sein sollte, dass wir das nicht versprechen können. Jetzt ist aber die Frage in einer Umgebung, die sowas gerne haben möchte, wie löse ich das Problem denn? Und eine Möglichkeit ist jetzt zu sagen, wenn ich halt mit einem festen Budget, mit einem festen Scope und einem festen Zeitplan nicht arbeiten kann, dann lasst uns doch Budgets abschaffen. Und das ist diese Idee von dem Beyond Budgeting. Und das ist in gewisser Weise konsequent, weil eine Budgetierung von irgendwelchen Dingen führt eben zu einer gewissen Inflexibilität und führt dazu, dass wir zum Beispiel bei einem Jahr irgendwas planen. Das bedeutet, wir haben einen hohen Planungsaufwand und dann fangen wir halt irgendwie an und geben die Budgets aus und stellen fest, das eine Budget reicht nicht, in den anderen Bereichen zu viel Geld und dann fangen irgendwelche Dinge an, die halt eigentlich dem Budgetplan entgegensprechen und dann gegen das Budget uns trotzdem erlauben, einen vernünftigen Job zu machen. Und das betrifft das gesamte Unternehmen. Also es ist vielleicht nicht nur Agilität, sondern es ist das gesamte Unternehmen, was reformiert werden muss und eben mit Budgets anders umgehen muss. Und ich finde das problematisch, weil das bedeutet, ich nehme jetzt ein Problem, also Softwareentwicklung, das Problem, um das ich mich persönlich sehr gerne kümmere und mache daraus ein größeres Problem, nämlich das Problem, wie Firmen eigentlich arbeiten. Und das ist konsequent, denn die Probleme, die wir in der Softwareentwicklung haben, sind Ergebnisse davon, wie Firmen arbeiten. Aber es bedeutet eben auch, dass ich größere Probleme jetzt lösen muss. Und ich finde das schwierig. Also ich persönlich will eigentlich Software entwickeln und nicht. Also Softwareentwickler sind technische Menschen. Die wollen halt typischerweise, so wie ich, Softwareentwicklen. und sie wollen halt vielleicht nicht die Organisation verbessern. Und ich bin mir dann eben nicht sicher, ob ich sie dafür verurteilen kann. Also wenn auf meiner Visitenkarte Softwareentwickler entsteht, dann steht da nicht drauf Organisationsentwickler hin und das ist dann eben so. Dann ist das vielleicht meine Aufgabe. Was eben bedeutet, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt eben Beyond Budgeting einführen würde, nur weil eben Agilität nicht funktioniert. Was ist sowas mit glücklich sein im Job oder Ethik? Ich finde das persönlich wichtiger als Geld. Das Business nicht unbedingt. Da ist ja mein Hinweis, ich kann halt immer versuchen, einen anderen Job irgendwie zu bekommen. Der hat eher meinen Vorstellungen über Ethik und Spaß haben entspricht. Aber für geschäftlichen Erfolg muss ich eben geschäftlichen Erfolg erreichen. Und dafür kann eben sowas wie Freude und Zufriedenheit sogar hinderlich sein. Es gibt eben Situationen, in denen wir Dinge tun müssen, um eben das Unternehmen, das Projekt oder sonst was zu retten, die halt unangenehm sind für uns persönlich. Und wenn ich da dann die persönlichen Werte höher priorisiere, dann geht das Projekt halt schief. Und ich würde niemandem davon einen Vorwurf machen, dass es eben jeder, jeder muss eben dasselbe abwägen. Aber es bedeutet eben, dass diese beiden Sachen glücklich sein und vernünftige Ethik und Business Erfolgen nicht unbedingt deckungsgleich sind. Ich kann jetzt versuchen, diese Werte zu lösen. Ich kann nämlich sagen, okay, ich führe ein agiles Mindset ein und agile Werte. Das ist schwierig. Das Management muss dann eben auch diese Werte tatsächlich leben. Hier ist vielleicht noch so eine positive Nachricht. Also man hat ja häufig das Gefühl, man kann das halt nicht beeinflussen. Und das führt damit zu der Frage, kann ich eigentlich selber irgendwas tun? Kann ich irgendwas beeinflussen? Und die Antwort ist meiner Ansicht nach ganz deutlich ja. Ich habe eine Episode gemacht mit der guten Linda Rising über Fearless Change und the Unconscious Mind, also das Unterbewusstsein. Und genau diese Idee von Fearless Change ist, glaube ich, eine ganz wichtige Idee, um dafür zu sorgen, dass ich Änderungen durchführe in einer Organisation, auch wenn ich es selber vielleicht aufgrund meines Titels gar nicht kann. Und da sind eine Menge an Patterns, die jetzt sagen, ich selber kann eben anfangen, Änderungen durchzuführen. Also solche Sachen wie, dass ich mir zum Beispiel Management Support organisiere, solche Sachen, dass ich mir eine Arbeitsgruppe gründe, in der ich eben diese Änderungen durchführen möchte, solche Sachen wie, dass ich Veranstaltungen mache, wo man über diese Änderungen diskutiert oder externe Leute einlade, die darüber berichten und so weiter. Und das sind so ein bisschen so diese Sachen, die wir vielleicht unter Politik verbuchen. Und die können wir halt alle machen. Die können wir halt auch dann machen, wenn wir nur ein kleines Rad irgendwo in der Organisation sind. Und das bedeutet, dass wir halt alle tatsächlich eben versuchen können, auf allen Ebenen das Wohl und Wehre eines Unternehmens positiv zu beeinflussen. In der Zusammenfassung, echte Agilität wird vermutlich niemals dominieren, weil eben die wirtschaftlichen Vorteile vielleicht doch nicht so signifikant sind. Es gibt andere Möglichkeiten, kompetitiver zu werden. Und ich glaube, genau dieser Unterschied zwischen kompetitiv und Zufriedenheit und Ethik, das ist etwas, worüber wir stärker explizit sprechen sollten und es nicht verwechseln sollten. Und wir alle sollten versuchen, die Situation zu verbessern. Da gibt es entsprechende Ansätze. Ich habe ja gesprochen über eben sowas wie Fearless Change. In der IT können wir halt immer einen anderen Job finden. Das heißt, es ist immer ohne weiteres möglich, eine Umgebung, in der ich mich selber nicht wohlfühle, da halt zu verlassen. Wir sind da halt relativ privilegiert. Ich habe über dieses Thema auch schon mal eine Episode gemacht bei Software Architektur im Stream. Genau über dieses Kippen agiler Projekte. Und ich habe auch eine Episode gemacht zum Thema Agilität. Da könnt ihr noch mal reingucken. Und ich habe eine Episode gemacht zum Thema Extreme Programming. Da könnt ihr also noch mal reingucken, wenn euch Extreme Programming insbesondere interessiert. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und genau, vielleicht sehen wir uns dann nochmal an einer anderen Stelle. Vielen Dank und bis dahin. Ich leseरte. Vielen Dank. Vielen Dank.